Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Leech of Legends zusammen mit dem Golden Tee und den Yannick. Guten Tag. Hi. Und ich bin ehrlich. Das Spiel wird scheiße. Bart ist saugeil, Alter. Ja, der ist bestimmt cool. Bart auf Level 1 nimmst halt Pfanderdort, weil du, Bart hat so mit, also ich sag mal, jeder außer ein ADC, nee, warte mal, Bart hat, Bart hat das beste Level 1 außer eventuellen ADC. Ah! Du skilzt übrigens seine Kuh und magst seine Kuh, wie sie. Soll ich dir die Fähigkeiten kurz erklären? Nee, ich kann lesen. Ja, du kriegst halt aufs Maul. Ja. Ja, aber die Kuh... Alter, halt's im Maul. Ähm, die Kuh ist aber nicht... Nö, ich mach jetzt im Prinzip nicht. Ich kann nicht lesen. Ähm, da kommen die... Was sind das hier? Wuhuuu! Die musst du einsammeln. Das sind so helle Punkte auf der Karte. Immer wenn du roams, solltest du die mitnehmen. Dann kriegst du Mana wieder. Äh, und wenn du die stackst, passieren gewisse Dinge. Das verstärkt deine Autotext und so weiter. Deine Kuh ist ein geradeer Schuss. Der kann bis zu zwei Leute stunnen. Der Stunt funktioniert aber nur, wenn zwei Sachen aneinander gebunden werden. Nein, das war der, der nicht durch Wände schießen kann. Deine E... Ich hab auch Thunderlord mit... Ja, Quatsch. Deine... Deine E ist gleich die magische Reise. Da kannst du einen Tunnel mitschaffen. Und deine W ist, da stellst du so einen Heilpott auf. Der wird aber nach einer gewissen Zeit schneller. Äh, stärker die Heilung. Wenn er da eine gewisse Zeit steht. Du kannst es aber auch einfach im Fight, kannst du das eingeben. Dann kriegt er da Movement Speed durch. Ja, ich bin ja auch Bart main. Ich darf das. Ja, du darfst das. Wenn du da main bist, dann darfst du das. Ja, du hast einen C-0-Supporter und dein ADC hat null Kills. So ist gut. Oh, okay. Kann ich dir mit der Trade? Ich weiß das nicht. Nö, kann ich nicht. Deine Mutter, das ist sonnenklar. Hat einen fetten Bart, das ist wunderbar. Hab ich eigentlich mit Durantz gestartet? Komm, Yannick, die ist gestunt. Und zurück. Was macht der da Mumu, der soll die ficken hier. Komm her, Junge. Damit heil ich dich, oder was ist das? Das weh, ja. Aber es ist, es kannst du immer platzieren, wenn es ab ist. Wenn du, weil das wird stärker, wenn es länger steht. Ach so. Ach so. Ich kann doch nicht. Hab dein Maul. Und wie lange hält das? Ewig. Es bleibt da stehen, bis es entweder, bis da entweder der Gegner drüber, ich hab keins. Ach so, dann kann der Gegner auch drüber laufen. Ja, aber dann wird ja nicht gehalten, sondern was kaputt. Deshalb stellt man es immer da oder da oder so hin. Oder man bildet damit. Der im Raum ist ganz viel Scheiße. Irgendwie ist kein Flash mehr, der mit. Ich hab so'n kleinen Freund bei mir, der ist schön. Danke. Hier, gestunt, die Bitch ist gestunt. Ah, er hat ein Schild gemacht. Ja. Wo gehst du denn immer hin? Wo geht mein Freund immer hin? Gestunt, komm. Mach du, du bist slow. Oh, was haben wir denn hier? Sack eingesammelt. Bin mir ein bisschen auf den Sack. Dein Wunder geben mir einen Sack. Jona ist so mit der schlimmste Gymnäle es gibt. Bajanik, die zerbörsten wir richtig, so richtig bam, bam. Und ich hab kein Sack. Ich bin bei mir geworden. Naja, mach mich. Können die ja ein bisschen rauspushen lassen. Jo. Aber die Kuh ist gewundert, denn. So. Spiel mal deine Base. Eba, das ist ordentlich klar. Ist ein geiler Ficker, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Janik. Ja. Ich kann halt nicht durch die Minion schießen. Ja, ich weiß, okay. Ich bin red. Aber die Jona ist so ein schöner Champion. Aber sie ist im Moment im 6-4 hat genau genug Mana für die Ulti. Hier. Zack, die Stunt ist die. Nein, ich muss nachladen. Ah, zurück, zurück, zurück. Ah, close. Jaco kommt bot. Bin ich back, eben. Also, erst müsste er an Mumu vorbeirennen. Aber ich denke mal, da kommt er doch recht auf euch. Ja, Momo ist hier. Sie ist gestunnt! Oder auch nicht. Ey, da ist er im Jungle! Junko ist da, Junko ist da, ihr seid dran. Ach, sind wir nicht. Lauf über die Heildinger, lauf über die Heildinger! Die hab ich wunderschön gestellt, ja? Die machen nämlich auch schneller, Fee, falls du mir irgendwie einmal nicht zugehört hattest. Wollen wir Backport? Nö. Weiß ich, ich bin Buckmane! Ja. Wenn wir jetzt irgendwas töten, ich hab Ulti. Weil der kribbelt immer so schön, wenn sie mir am Schwanz... Entschuldigung. Naja, ich... Hier ist er. Okay. Ja, ne, beschückt geworden, oder? Haben die bei euch gewordet, wisst ihr das? Äh, ja. Ne, bei uns im... Da haben die nicht gut. Achso. Bei ihnen tut irgendwie nicht so, als wenn sie... Rauf auf die... STUNN! Nicht stunnen lassen! Äh, die Anna ist Mist. Also, da. Ähm... Keine Ahnung, wie sie heißt, ist Mist. Geh kurz Backporten und TP mich wieder her. Ja. Auf gekriegt. Ja. Wahnsinn. Magische Energie in einem Bogen... Deine Ulti ist ein Flächenstun. Alles, was da drin steht, kriegt Sonja's. Mitspieler wie auch Gegner. Wie deine Mutter. Und Türme. Ja, genau. Und Türme. Kannst du damit auch ausmachen, also kannst du damit Tower Diver quasi. Irgendwann ist gut. Die Wayne's wie da na... Janik? Ups, warte, sorry Ist nicht dein Ernst Lauf weiter Ich konnte nicht weiterlaufen Was? Nein, nein, ich konnte wirklich nicht weiterlaufen Warum deeskaliere ich eigentlich? Ja Janik, was war das für'n Scheiß, Mann? Entschuldigung Jetzt haben die zwei Kills Und der Braun ist tot Hier ist der Schakko Der Braun Komm, FreshWay, FreshWay Easy Wer ist hier der Talumnein? Deine Mutter Andere Leute sind echt scheiße auf der Talum, denke ich gerade Aber war alles ok Ich kann noch ein bisschen pushen Hast du immer noch deine Sekunden-Timeouts da? Absolut, ja Stimmt, ich erinnere mich wieder, warum ich nicht mehr mit dir ranked gespielt habe Ey, und obwohl ich dich in Rank gecarried habe, bis ich kurz den Brosse mache Genau Was bist du? Brauchst du 5? Ah nein Unranked Nicht an Ranked Nicht an Ranked Chakko ist da Chakko ist da Boah Ah fuck, zu spät geholt hat Wie macht mit der Traden nicht so viel Sinn, habe ich das Gefühl Ey, leck mich doch am Arsch! Hm Tiny one-shot Die hat bestimmt das scheiß Schild wieder ab Go Minion! Danke Okay Die können nix Händen wir jetzt hier mal mit Chakko macht Wake Na, ich kann nichts mehr machen hier Ich kann mich jetzt one-shotten, ich bin ein bisschen zu low eigentlich Na, wenn ich mich jetzt anspricht, kriege ich jetzt die Tower an und dann muss ich nur auf den Minion springen Oh, der Tower ist doch jetzt weg, ich Hideo Gefehl Oh, stimmt ja Ich will nicht sagen, die Schild ist okay, aber ich glaube die Schild ist okay Chino, Chino Ja, guck mal auf mein Leben, Alter Scheiß drauf Schild, Schild, nicht auf die Ich bin da Hab ich Tower Die, sie hätten sich heilen müssen Yannick Schieß doch, Jannick Ich mach sie Fuck Du bist doch scheiße wie ein Stück Brot Machst mit deiner Weh auch ein bisschen Scharen, das hätte gereicht, ne? Das hab ich ja drauf gemacht Ne, das hatte ich vorher schon auf die andere drauf gemacht Achso Ich habe schon alles gedacht Aber ich bin trotzdem tot Oh Das hab ich ganz viele Freunde Meeps heißt die Würde man sagen, das liegt an unserem Mitleiner, dass wir das Spiel verlieren Ja sicher Der Mitleiner steht 3-2, Affe Der Mitleiner könnte auch vielleicht mal in der Mitte kommen, äh Bot kommen Ja, oder Guck mal meine Midlane an, weil ich hab ja so viel Tower Genau, oder seinen Tower halt, das hätte er auch machen können, ne? Einer hat Diana gefeatet Ja, irgendeiner, du, ne? Uh, Affe Geh ich? Ne, ich hab meine, meine, mein Aritz gefeatet Ich mach hier halt keinen Schaden Ich mach hier halt keinen Schaden Ja ich halt Ja ich halt, Diana ist halt kaum dazu total Und ich spring halt an sie ran Und sie macht die scheiß Schild Und ich krieg mehr Damage als ich hier mach Derbe, kacke, alter Was war dat? Du musst halt ulten, damit ich nicht sterbe Das ist so dämlich und scheiße Ja, ich sterbe halt trotzdem Und er stirbt jetzt auch noch Nice Kommt doch einfach, weil ich tot bin Ah, Shen hat ein bisschen spät geholtert, oder? Ich glaub, der hat ihn nicht ab, der hat eben das schon benutzt Haut er mich halt hart, die Schuhe Aber ist hier nicht mal gut Entschuldige, er hat zwei kostenlose Tauerschutz gepflegt Jetzt könnte ich sie killen Hätte ich ulti Das gibt's nicht, alter Wupp Er hat trotzdem sterb Ich kann dort W aber auch direkt auf Spieler setzen, oder? Ja, das, genau Das Heilt dann instant Aber nur diese kleine Heilung Und tippt halt diesen Speed Also dafür ist eigentlich im Late Game deine W nur noch da Momo kommt gleich Ja, der ist so schlecht, der Schocko Nein Das gibt ich ihn nach meiner Kuh Nein Das, nach deiner Kuh? Ja 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 Äh, deine E Komm, wir machen den Tower jetzt weg Biana Biana miss Biana miss Ich bin selber nicht mit dir, ich kann da nix für Helf ihn! Er hat jetzt sicher mich rangezogen. Diana ist halt scheiße. Er kriegt sie. Nice. Hat er was? Diana kannst du nur besiegen wenn du stunst und ich hab keinen stun. Verkauft ihr einen? Ich form mal so eine Top-Lane hier kaputt. Der hat zwei Minions gekriegt, hat schon mal einen. Wo ist der so ein Chaco? Den kann ich one-shot. Oh guck mal hier ist ein Chaco. Ich hab kein Wort da. Und auch kein Blut-Ricket. Ich weiß nicht wie viel Schaden der Chaco macht. Ich könnte tippen zu dir wenn du mir bekommst. Der hat ja Angst vor mir gehabt der Chaco. Ich glaub der weiß nicht. Ey der weiß dass er nicht fighten kann. Meine Frau ist nach Hause gekommen wir brechen die Aufnahme jetzt glaube ich hier ab. Wir machen weiter. Erstmal. Oh ich bin drin. Oh Gott sie hätte mich locker kennen können. Ich hab keinen Mana. Die Frau hier kann unsichtbar werden. Raiden ja. Okay. Das war natürlich ein guter Supporter auch immer. Äh. Äh. Jan komm, Jan komm, Jan komm. Jan komm, Jan komm. Kannst du den Tower ausmachen? Was war denn das? Du musst den Tower ausmachen. Was soll ich machen? Den Tower aus. Mit deiner Ulti. Mit deiner Ulti. Alter ich spiel dir das erste Mal Tower aus. Tower aus. Ja das haben wir dir voll auch gesagt. Du hörst immer nicht zu du Affe. Dein Arsch hört mir nicht zu. Ja eklig. Kino hat sowieso gepennt also hinweg nichts. Ja keine SS. Ich hab gepennt. Ich war weg. Ich war nicht mal mehr in der Mitte hier Affe. Ich war am Backport. Ich hab nur einmal im Minion Camp gemacht, weil ich 100 Gold brauchte. Ja jetzt kommt die Ausrede. Jetzt macht hier Shaco Drake gleich. Ja dann gehen wir hin. Komm. Ja ich glaube da hat noch ein bisschen gekleert. Shaco Drake. Obwohl welcher Drake ist das? Der hat schon den ersten alleine gemacht. Das ist der Feuer Drake. No. Er hat Bock. Komm ich kann leider nicht über Wände gehen wie er. Die Ulti. Meine. Du hast sie gesehen. Die war richtig präm jung jung jung. Rauf ja in die Wiese. Was ist denn los Junge. Ich hab keinen Bock mal mit euch zu spielen. Ihr seid scheiße. Ja genau. Ich hab 6 Kills Junge. Ich bin scheiße oder was? Ja. Keines ist nix. Wärst du gleich zu. Wärst du gleich zu. Nicht mal die Grundlagen. Wärst du gleich zu. Nicht mal die Grundlagen. Halt die Fresse. Wärst du gleich zu. 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 Die Tower da in mir. Fieße ich jetzt mal Tower aus. Ulti auf Tower. Der habe ich. Ich hab keine Ohl. Ich hab eine Ohl. Ich hab eine Ohl. Was du dir denn hingemacht. War vorhin verfehlt. Sag mal wenn die jetzt kommt. Ah hier ist Wischendrin. So nicht unlucky. Wär ich weg. Oh. Jetzt stun sie. Stun sie. Du hättest sie noch stunnen können. Da war genau so. Ja gestun. Komm. Ja jetzt ist zu spät. Was? Ja der fängt doch meine Wehe ab der Wichse. Tschüss. Shed kommt. Stun sie. Stun sie. Zwei Sekunden später wird sie gestunnt. Was jetzt ist zu spät. Was ist denn hier los mit euch. Na. Ja ich weiß auch nicht wie Tino das Spiel spielt. Wie ne. Wie ne fünfjährige Tustel alter. Guck mal. Loops schreibt da. Wer? Die Vayne. Für wen? Für dich. Loops? Ansonst. Ich hab sie. Guck mal ich stehe 7-4. Sehr. Ich hab Allgemeinschaft nämlich aus. Wenn ich Mana könnte ich die töten. Aber ich hab keine. Oh da kommt Diana. Ich brauch Mana. Ich brauch Mana. Ich brauch Mana Mutti. Das gibt ihr. Alter jetzt hatte ich 100 Mana. Jetzt hatte ich 100 Mana. Und ich weiß noch nicht ab. Was macht ihr denn jetzt? Feedet ihr meinen ADC? Ja die Ana ist dein ADC oder was? Wo bist du eigentlich die ganze Zeit? Äh ich hab den Top Tower weg geholt. Die Top Tower. Den hab ich vor, weiß ich nicht, 10 Minuten geholt. Pfff. Wann warst du denn da auf Top Lane? Ja als ich eh nie gekillt hab. Der glaub ich auch gewedgettet ist oder? Wedget noch nicht mehr gesehen. Das stimmt ja. Ey das darf doch gar nicht sein so etwas. Hier stehen zwei Leute bei mir man. Das ist ein Schacko Ding. 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 Das macht mich grad ein bisschen kaputt. Das muss erst weg. Das ist ein Schacko Ding. Das ist ein Schacko Ding. Das ist ein Schacko Ding. Das kann ich ganz gerne den Schacko machen. Das war unlucky. Das war bescheuert. Ich klick auf Schacko. Ich flieg noch dahin wo er ist. Aber er ist schon weg. Die Pi. Dir mal vor du wärst mit in seine Base gekommen. Mann ich hasse Braum. Das spielst du den eigentlich nie. Oh jetzt ist wieder die. Hört ihr das? Jetzt hab ich wieder diese. Oh Gott. Jetzt hab ich wieder diese Assitauben bei mir aufm. Ach ich soll weg gehen. Danke für sie. Schöne Ulti. Schöne Ulti. Die hat mal so geis gebracht. Jörgis. Aber ich muss auch zugeben. Das ist so eine der schwersten Ulti im Spiel. Du musst halt solche Situationen halt genau nur deine Mates treffen. Oder halt deine Gegner treffen. Deshalb ist Bart ja so geil. Ich kann halt alle One-Shotten außer Diana Braum auch nicht. Aber Diana Braum. Ich trau mich aber auch nicht alleine in der Mitte. Weil Diana kann nicht One-Shotten. Oh nein. Diana ist Mist. Halt's Maul. Halt einfach dein Maul. Ich war doch selber nicht bitte. Ich bin gerade hingekommen und da sagst du nein. Wie kann der denn? Los. Wie kann der denn gegen den Reben sterben? Bleibt der stehen? Ist der behindert oder was? Nein. Geht kaputt hier ey. Komm her Fräulein. Wieso bleibt der denn da mitten stehen Jannik? Wo läuft die hin? Ich hab keine Ahnung was ich hier mache. Ja. Scheiße aussehen. Nein. Ich hab mir heute die Haare gegelt. Ich dachte. Funktioniert jetzt. Alter die sind Drecks Tauben. Hä wo siehst du denn jetzt Tauben hier? Wirklich das nicht? Nein. Die haben jetzt halt Tauben auf dem Balkon. Ich glaub die ja schon heute fünfmal weggejagt. Ja ess sie auf. Ich hab keine Ahnung. Kann mir mal jemand helfen oder was ist da los? Wo ist der scheiß ADC der? Der hat doch noch nie GP der Junge ne? Erklär mir mal jetzt warum bist du AFK auf der Stelle stehen geblieben und hast dich dann holen lassen. Obwohl du verfolgt wurdest. Jannik hat die Sieger ab logischerweise. Was denn da so blöd Junge? Nicht ganz richtig oder was? Demone. Alter Talons Fähigkeiten kosten alle so viel Mana. Das ist so ätzend. Alter was kann der? Ihr habt hier zwei Türbe nicht mehr. Ey du diese Botlane. Guck mal was ich hier in der Mitte gerade für dich mache. Ja der Tower war schon weg du Affe. Du bist du jetzt gleich tot. In neun Sekunden lebt die Ana nämlich wieder. Die One-Shotted dich. Und ähm. Warum bist du Mitte? Bei ADC. Bei Bot. Wenn wir eigentlich cool sind. Mein Supporter suckt. Hilfe mein Supporter suckt. Zwei bei Speckpack. Ich mach mal den Tower. Das wirklich schafft der wohl alleine oder? Was bringt das wenn ich hier überhaupt diese Glocken sammle? Oh ich bin normal. Stack deine Passive. Nächstes Mal deine Passive. Versteck deine Auto- Versteck deine Auto-Attacks. Achso. Äh. Und so weiter. Ich weiß nicht was da noch alles ist. Ich hab mal er gewusst. Oh Gott. Ey Tino du bist tot. Was ist das denn für ein Rain-Frane? Muss flashen Alter. Scheiß Braum ist so schnell hat der Mooby-Bootz. Äh Hilfe. Ah jetzt hab ich Minions. Lass ich mal meine Glocken hier sammeln. Hier unten haben wir noch eine. Ja Tino du machst das schon. Boah diese. Ich muss kurz aufstehen. Herr Piss rein! Alter da sind jetzt diese scheiß Tauben. Hört ihr das nicht? Nein. Das ist so laut. Die sitzen bei mir auf dem Balkon. Weiß ich nicht. Und zwitscheln sich da einfach nur zwei Stück. Keine Ahnung. Das ist seit zwei Tagen ist das so. Aber die Tauben machen doch nur Gugu Gugu. Ja aber es hilft doch total. Außerdem scheiß die da ständig hin. Das sind die Berliner Tauben. Alter das sind die schlimmsten. Alter du hast Statics. Was hast du denn für Items Junge? Wer? Ich hab hier so ne Guide rausgesucht. Die sagt Statics. Alter und wann ist der? 1800 Zwieback? Ne da steht Graves nur ADC drin. Hahahaha. Season 1. Hahahaha. Oh scheiße. Hahahaha. 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 Aber die anderen beiden hier. Ja von Diana kann er halt One-Shotten. Aber mich finde ich mittlerweile... Oh Gott. Rein! Geh raus! Schöne Ulti. Dein Ulti macht übrigens keinen Schaden oder so ne? Den nehmen wir. Du hast nur Diana und Dings gesaved gerade. Wer nicht? Nein nein wir nehmen den. Wir gehen rein. Auf. Kann gleich wieder springen? Ja wir gehen rein. Ja nö. Auf. Ja tschüss. Warum? Er liegt weg! Achso. Ich lebe ja. Also. Ein guter Supporter würde sich jetzt in die Mengen gestürzen und sich opfern. Ich bin ja nicht schon achtmal gestorben. Halt dein Maul. Warte. Janik ist schon achtmal gestorben. Ne ich. Wollten das soll nur vier Assists. Kann ich mir denn kaufen? Was ist das denn hier? Das sieht gut aus. So scheiße der Typ. Ich hab in acht Sekunden erst... Oh Gott. Schakolino! Haha du bist tot. Ja. Doch. Jetzt hab ich Ult ab. Ja war Wurf ne. Ne war nicht Wurf. Weil die haben cool Shotdown gekriegt. Ich ne. Static ist so geil. Ich ne. 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 Du. Ich ne. Ich hab jetzt 45 Glocken. Habe aber trotzdem nur zwei Freunde. Ich ne. Was machen wir hier. Bis, bis, bis zum Fünf gehen oder so. Kann mal jemand hier hin, was soll denn der Scheiß? Ich hab, der Amumu meint immer noch in der Base, auch das tut mir ein bisschen leid. Was macht der? Der weint. Der ist jetzt auf K. Ich hab die Pum auf die K. und den geworben, fand dann nicht so witzig. Dann hat er gesagt, ich geh auf K. oder was? Ne, ich dachte, er wäre auf K. aber jetzt haben wir Lust mehr. Hallo, Miii, can go. Achso, jetzt schreibt er irgendwas Französisch. Das kannst du doch lesen, er ist doch bei uns. Mika! Willkommen. Das ist nur Braum, ihr Affen, da kommt nix dahinter her, kill den doch einfach. Wieso, wieso haben die denn den jetzt? Da kommt nix hinterher. Ja, die kam von da. Wieso haben die denn den Barrel-Buff? Oh, Frizi, guten Morgen. Äh, Diana, Diana, Freunde. Ja, ich, ich hab sie rausgezogen. Ohhhhhhh. Helf ihn! Ah, Shako ist gerade ausgerannt, der Fixer. Sollst du ihm helfen? Ja, nicht sterben, Alter, hast du ganz cool oder was los? Jetzt komm die Skill. Warum? Fight ihn doch, Chen, Alter! Na gut, wenn Tino da zehn Jahre braucht, um zu helfen, anstatt auf einen Supporter zu klopfen. Ich wusste erst mal Red-Buff. Ganz ehrlich, bei ihm hab ich aufgegeben. Ja, bei Tino hab ich auch aufgegeben. Skill und alles verloren. Aber jetzt muss ich aufpassen, du musst ja am Humu toplayen, alles gut. Das tut er jetzt überhören, weil er sonst gleich wieder ne Fötungsstellung gibt. Also ich seh bloß 16, äh, 13,6. Also... Ja, Mumu, was willst du denn hier mit den Viechern an, Mumu? Die brauchst du noch gar nicht. Und ich seh 2,98. Was sagst du dazu? Ey, du hast 8 Assists mittlerweile, geiler Typ. Ja. Und 9 Kills. Und ich seh, guck mal, guck mal, siehst du den Chaco? Ach, scheiße. Brauchen wir auch noch. Ja, ich seh den Chaco. Du auch? Warte, siehst du den Chaco? Ja, siehst du den Talon? Ich glaub, der Talon stirbt gleich. Ah! Oh, was ist die Chaco? Ich nicht. Ja, der hat sich unsichtbar gemacht. Ja. Der tötet dich gleich von hinten. Wie geht denn alle? Hotlane. Push. Ja, ne. Da ist nix mehr, aber jetzt pushen wir mal. Ich hol in-hap. Ich hol mit Tower, du Affe. Give me second. Ja, ne, jetzt kommen sie alle. Aber vielleicht kriegen wir dann einen Rechts-Ulti. Ich hab in 10 Sekunden erst Ulti. Ich hab Termine. Ich brauch noch 5 Glocken. Hier kommen mal ein paar zu dir. Okay, Talon. 5 Glocken brauch ich noch, dann krieg ich wieder einen neuen Freund. Die Jena ist tot, vor dem Rest kann ich weggehen. Ja. Natürlich ist die Jena tot. Natürlich ist die Jena tot. Ja, er wird mir gekillt. Leute. Ich bin raus. Hä? Gut. Alter, der Shaco ist so schlecht. Wieso tötest du dich einfach? Weil ich den nicht gesehen habe. Ich dachte... Du bist ja Crypt. Du bist ja Crypt-Dings. Okay, weggezogen. Ach nie, ja stimmt. Die ist ja auf Karr gegangen, der Wichser. Ich dachte, das wäre ein Minion, der mich angreift. Die waren denn jetzt wahrscheinlich, ne? Wer feedet denn hier eigentlich so hart? Achso. Oh ja, die Bot-Lane, beide 9 Deaths, okay. Maul. Na gut. Der Talon, der gibt aber auch keine Kills ab, ne? Der Talon kann auch keine Kills abgeben, weil er andere Hunden schottet, die er tötet. Ja, du Spon... Ich hab 9 Assists, das waren alles deine Kills. Jo, hast du mir geklaut? Der Kuiwa hat nur eigentlich gebastiert. Vielleicht könnte man Talon wirklich da im Lenk spielen. Läuft ja überraschend erfolgreich hier, obwohl Diana mich halt gerade countert. Oder Diana ist hart schlecht und... Können andere die Glocken auch singen? Nee. Siehst denn du? Doch. Diana ist so schlecht, die hat mich im Early-Jahr komplett kaputt gemacht. Hier ist doch zum Beispiel der Gluck. Nee. Da ist Diana übrigens, hier, Frizi. Achso. Jetzt versteh ich das. Frizi, hallo! Was denn, ich sammel Glocken? Ja, Alter, das ist nicht so wichtig! Doch! Das ist doch nichts Wichtiges! Das ist eine passive, du Affe! Ja, aber... Jetzt guck mal, wenn ich... Das ist doch keine Quest auf dem Map, die du erfüllen musst! Hm? Ja, das ist doch ein Drone als Supported! Nicht... Nicht... Nicht in der 40. Minute, jetzt sterbe ich! Ach, da bist du! Warte, ich rette dich! Nein... Nein, nein! Erst... Ja, die Ulti war gar nicht so schlecht, da hätte ich vielleicht sogar gar nicht drin gestanden. Du hast Shen gerettet, das war gar nicht so verkehrt. Mit Shen? Nach da hin? Ja, der hat mich geultet. Ich hole mal eben die Glocke, ja? Aber jetzt höre ich wieder Ulti ab. Weil damit kannst du... Also, das habe ich auch schon ganz oft erlebt, weil ich ja mit... Wenn ich Dings spiele, auch ganz viel rumrenne, da regt sich der Alix immer richtig schön auf. Nö, ich bin froh, wenn du weg bist. Ich brauche nur zwei Glocken. Ihr hättet mich Timo ADC spielen lassen sollen. Ich hätte alles weggeholt. Ach, das sind zwei Glocken, aber wir haben gegnerischen Jungle. Ach, ich probiere mein Glück. Wo haben wir denn jetzt noch? Bist du schon Full-Bild? Ein Item noch. Das ist wirklich... Besser nicht. Traktar? Oder Guardians? Guardians für die Arnold Guardians. Zack. Achso, meine Tatsatur ist auf Englisch, jetzt sehe ich das erst. Jetzt ist mein kegelförmiger Bereich der Mietangriffe größer. Krass, Jun. Boah, wenn ich jetzt nochmal 5 sammle, machen die 35 mehr Schaden. Ich hab Uldi, aber ich trau den Amumu irgendwie nicht. Ich komme. Ich könnte auch reinradeln. Ja, mach. Ich hab mal... Ich hab mal... Timo? Was ist denn mit dem? Da ist Diana. Den ist auch da. Da kommt Braum wieder. Hier auf Diana. Hier im Braum. Warte! Oh, ich hab... Nein! Du Hure! Alter, die war... Die ist so dinky mit ihrem Scheiß-Schild. Ich hol Top-Lane jetzt, ne? Gib mir ne Sekunde. Haben die Break gekriegt, ja, ne? Ja, ja. Top-Lane. Dauern. Ich dachte, ich hätte die mit dem Weg geklaut. Kassen Glocke. Ja, jetzt hab ich bessere Stats als Diana. Ah, die haben wir erfahren. Da kommt der Rape-Train. Voll kacke, dass man schon den mal verzaubern kann. Dann ist unnötig. Na ja, aber du hast sogar vergessen, dass du nur guckst. Ja, aber auf Champions, die ganz viel mit Flash arbeiten... Ey, wo kommt der denn hier? Janik! Das ist der Chaco, alter! Janik! Das ist der Chaco, alter! Janik! Ey, was brauchst du? Der, alter, der hat ihn. Der hat nicht, der hat... Ja, alter. Ja, ey. Ne, ey. Was hat er denn nicht? Ja, gar nix. Guck dir mal sein Item-Bild an. Da könnte ich den in die Fresse für hauen. Wieso? Er ist halt voll-tritt. Ist doch okay. Was? Er ist auf ne Two-and-Two-Lane. Die ist so sinnvoll. Aber... Warum? Was ist denn jetzt dein Problem mit seinem Item-Bild? Ja, guck dir das mal drüber haben. Wer er sie hier beispielsweise, oder Ash, wär so geil. Ey, nix. Er hat ja nur Lauftempo. Wofür brauchst du denn als Alex den Lauftempo? Wofür brauch ich denn... Ne, ich hab gar nicht nur Lauftempo. Wofür brauch ich denn Lauftempo? Ah, die macht so viel Schaden, alter. Ihre Scheiß, Alter. Jetzt fängst die! Oh, Leute. Bestimmt da Minions. Nein, der hielt sich da drüber nur hoch. Das ist so. Ja. Alter, kann der Mon den Scheiß entnipp jetzt machen. Und nicht die... Wo acht Stunden viel drei Minions, die davor stehen. Alter, Shen. Oh, der ist ja fast gar nicht, Tanki. Außerdem, du laberst Scheiße, Junge. Du hast mir letztes Mal erzählt... Jannik, wenn du jetzt Essenzweber baust, kommst du nicht über 100% Crit? Was? Du hast jetzt schon 80. Essenzweber gibt doch 30% Crit, oder nicht? Ich habe mir so eine Guide gerade rausgesucht, dann baue ich einfach nach. Den mache ich gerade nicht. Was baust du denn jetzt als letztes Album? Essenzräuber, oder nicht? Äh... Keine Ahnung. Warte, muss ich nachschauen. Ah, was ich jetzt baue ist... Ja, scheiße, ich muss auch mal weg. Ich habe gar nichts wirklich. Ja, ich habe mir ein Item falsch gekauft, das sehe ich gerade selber. Ich habe mir zwei Items falsch gekauft. Ups. Du bist tot. Nö. Ja, wer wär's mit ein Wort? Ich. Wer hat jetzt dein Wort? Ah, Mitte sind sie. Ihr braucht doch keine Angst haben vor Bölln. Ja, ja, wirklich. Ich gehe mal in meine Assassin-Position. Wollen wir Backdown? Ich will eigentlich ein bisschen ficken. Ich werde aber gefickt, ey. Hm. Das war nicht so geil. Jetzt sterbe ich. Alter, warum ist denn die Reign so tanky? Ich kann die nicht mehr run-shotten. Hä? Die hat doch nur Platz, du hast da. Gut, die hat das neue Item muss ich nicht kennen. Ich gehe nochmal im zweiten Doppel aus. Hm. Ja. Ist ja übrigens nur zu dritt gegen fünf, ne? Haben grad nicht eingekillt. Ich sag mal Glocken. Ja. Ich weiß, Guardians of Cologne. Junge, Junge, Junge. Ja. Haben wir komplett mitgekriegt, wie Gullentee sicher hast du trinken eingekippt. Bitteschön. Nein. Doch an so'n warmen, äh, Mai-Tag sehr erfrischend zu hören. Ein wunderschönes Glas voll Wasser. Auch noch gesund. Ja, umso wärmer, umso mehr Wasser. Nicht Cola. Nee, dann ist es sogar eklig, wenn es zu warm ist. Ich reiß mal Wattlane ab, ne? Ich mach das. Du bist tot. Ich bin tot. Die alle miss. Wir kommen grad runter. Chaco, komm zu dir. Wayne Braun, komm weg hier. Fünf, vier, drei, zwei. Kann ich die Jana jetzt killen? Ich weiß nicht wann die... Ist der Draka? Nee. Kommt der gleich? Nein, vier Minuten. Wir spawnen zusammen. Oh. Mach mir gar nicht mehr so viel Schaden mittlerweile. Ich hab aber falsche Tasse gehört. War der falsche? Ah, dann nehmen wir den. Der Chaco ist schon wieder so weg. Nein, Ellipsone. Ellipsone. Dann haben wir mehr Bären immer noch mal. Hat er recht. Ah, hat er recht. Ja, ich hab nie was anderes vorgehabt. Das ist ich, Junge. Chaco kommt zu mir. Blö, wär's aus, wenn die Minions das machen. Äh, die hat Ulti an, die wird dich ficken, Yannick. Ha, unsichtbar kann ich auch, du Ruhe. Yannick ist tot. Naja, als ob ich sterbe. Ich hab keinen Mana, sonst könnten wir Turnarounden. Ich hab sowas nicht. Oh, da ist die letzte Glocke, dann verbessere ich mich wieder. Ah! Ich hab hier den Chaco, aber... Dino wird sterben. Die letzte gibt's nicht. Äh, es gibt... Deine, du kannst theoretisch... Es ist einer von wenigen Championen, die irgendwas ins Unendliche treiben können. Was? Du kannst theoretisch unendlich Stacks sammeln. Mit der Züge. Deine Passive. Alter, wenn ich jetzt noch 5 Glocken sammle, verlangsame meine Outdoor-Attacks. Krass! Ich, ich kauf den. Auf ihn gleich. Okay. Ja, und jetzt wahrscheinlich 2.000 Gold, weil's nicht mehr mitmachen soll. Wenn ich das eher gewusst hätte mit den Glocken, Alter, hätte ich wahrscheinlich schon mehr Glocken. Ah, ärgerlich, aber geiler Champ. So, können wir jetzt mal fertig machen hier? Ich pushe jetzt. Nice. Ja. 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 Wollen wir die, wollen wir die töten so ein bisschen? Die macht mich kaputt. Die macht mich kaputt. Die macht mich kaputt. Das fand ich nicht. Aber jetzt hast du ja kein Schild mehr raus. Auf Schild er dich? So, weil du die ganze Zeit Tower getankt hast. Ja. Ja. Ja, das habe ich gewusst, das habe ich extra gemacht. Hm. Ich fand ich mal Tower Rage. Ja, ja. Ich bin gleich umgedreht auf sie drauf. Ja, ja. Oh, der hat Flasht, ey. Ich bin da hinten und einen Braum hinterherflasht. Ja, fuh. Nein. Komm mir noch, jetzt kommen noch die Plays hier. Wir fehlen noch vier. Die haben aufgegeben. Schreibt mal von Freezy Noob. Ach, warte. Na, schreibe ich gleich. Wo ist er? Wayne Noob schreibe ich jetzt. Aber abmoderieren vielleicht? Ach, oh, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr seht jetzt zwar nichts mehr, aber tschüss. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Das Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.